Einmal wolle Wolle Rose kaufen? Nee Wolle Rose Halt die Klappe Enderman Bei mir scheint es aber gerade ein bisschen zu ruckeln warum auch immer das so ist Keine Ahnung Soll ich dir mal Wolle mitbringen? Oh shit, jetzt gibt er auch noch mein Blatt kaputt Ein Dispenser Ich fang jetzt nicht hier an, um zu kloppen, wenn ihr noch die Kliebe am Rund sind Das ist eine Spinne Töte ihn Doch Doch, tot Ich bin immer schadenfroh Wie ging das denn nochmal? Hast du ein Goldschwert oder hast du das nicht mehr? Ja, ist gerade kaputt gegangen Was ist denn los? Tot Ich kann dir aber ein neues machen, wenn du möchtest Ja, sehr cool Ich glaube sogar noch Eisen übrig Ja, ich gucke mal hier Achso, warte mal Ich dropp dir mal eben Eisen, okay Bitte Kannst du ein Schwert machen Kriegst du mal drei Wolle von mir? Nee, ich habe kein Sehr wenig, ich habe super viel Platz mit mir da Ganz schlecht Richtig viel super Platz Knitsch, knitsch Ach ja Hab ich denn gar keine Schaufel? Doch, die habe ich doch Ah, dann Sortieren hier Den Block Oh Den Block Dann den, den, den Und das ist so richtig war Oh, der ist ein Zombie Mit Lederhelm Da ist mal alles da rein Wo ist denn der Lederhelm? Da ist er Jetzt habe ich ein Lederdut Lederdut Oh, Lederdut Oh, ein Eichen Kann ich auch nicht aufnehmen Hm Ich habe so wenig Platz in dem Inventar Soll ich noch einmal Wolle? Dann haben wir die Möglichkeit Eier ankommen Ich habe noch Wolle Vier Stück Wolle Wieso habe ich dir jetzt von Wolle gegeben? Weiß ich nicht Ich auch nicht Dann passt es ja Dann tue ich mir die drei Wolle wieder ab Ich komme zum Haus Ich Und tue die da in die Truhe rein Gut Dann habe ich es auch nicht mehr Im Inventor Ein Bogen Aber keine Sticks Stickli Sticks Ach Björn 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 Unglaublich hier Ach Jetzt kommt es Was denn? Alles nur unglaublich Wollte schon los Dings zu bauen? Klebt das Holz rein Vielleicht mal auf Oder holt ihr nicht in die Tasche? Ja Ich habe auch Holz in der Tasche Schlecht schlecht Ich versuche eine Anlage aufzubauen Die uns gleich was Wenig vereinfacht Aber ich weiß nicht mehr auswendig Wie die funktioniert So Bett habe ich für mich stehen Ja du bist ein Egoist Bett für dich Aber für mich wieder nicht Eins Warte Erstmal voll mampfen hier Du Ego ist du Zack Zack Schauen wir mal Bett Bett Wake So Bett steht hier in dem Turm drin Eine Etage über uns Da lege ich mich gleich mal rein Dann Spawn da wenigstens Der da 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 Was habe ich denn getan? Wieder Hm? Ich gucke der dazu So 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 Eins Zwei Es fehlt natürlich Wetztern Wie immer Toll Hat mir schon fast klar Dass das fehlt Was brauche ich denn hier noch Fackeln Müsse ich mal mitnehmen Essen Essen Das Aber irgendwie habe ich gerade den Eindruck Der verbraucht hier sein Essen relativ zügig Er kommt auch an welchen Spielmodi wir denn haben auch Ne? Ja Ich glaube das habe ich jetzt gar nicht so sehr berücksichtigt Aber das ist auch gar nicht so schlimm Und das wird wohl das Problem sein Wenn es ich weiß dann Ja Dann wissen wir es halt nicht Möchtest du das Haus hier später hier oben hinstellen? Direkt hier neben der Ja kann man doch ruhig machen Nimm den Turm so Oder den Turm damit anbinden Schauen wir mal Das heißt dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz Das ist eine Spitzagabe Gar nix So Ich mache das mal einfacher hier Ich habe gar keinen zweiten Trichter gebaut Steine? Steine Ich nehme mal ein paar Steine raus Ah 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 ja Ich schmeiße alles rein was ich in die brauche So Kartoffeln hier rein Ach ne Falsche Seite Nein So Kommt der oben drauf Das nehmen wir noch mit Die lassen wir hier drinnen Pfeile Mampfi Mampfi Eisen habe ich auch für dich da drinnen Falls du was brauchst Kannst du dich gerne bedienen Auf den käme ich mir jetzt noch mit den Mit den Pfeilen und Holz ein bisschen aus Ich kann jetzt nicht zu sehr zu viel verplempern Wir können uns natürlich auch später immer noch bauen Oder etwas stabiler machen Dann haben wir auch ein bisschen mehr zusammen Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Holz zusammen Ich übertreibe das immer sofort am Anfang Irgendwo macht das ja jeder selbst Wie er es am besten meint Machen zu müssen Das ist aber auch normal Klick Klick Irgendwann Irgendwann schmeiße ich dieses Spiel an Na Ich sag nix Pian 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 Nein Würde ich nie tun Ich würde mich auch nie aufregen Über irgendwas Wie kommst du denn darauf Weiß ich nicht Was für unlustige Scherz wieder hier Am 1. April Wollte schon 1. Mai sagen Wäre schön gewesen Wäre das glaube ich noch ein bisschen Da immer draußen als wie momentan Obwohl es geht ja eigentlich heute Ja 16 Grad haben wir glaube ich schon draußen Reicht locker Also bei mir sind es so hier knapp 20 So siehst du Aber so ein bisschen wärmer Kann es ruhig schon mal sein Mal wenigstens auch schon mal Als wäre ich nur angerufen Ne da geh ich jetzt nicht dran Hab ich jetzt keinen Bock Jetzt vibriert es die ganze Zeit Obwohl ich kann das glaube ich So Warum Warum In immer Gottes Namen In meinen Aufnahmen Klingelt mein Telefon Können wir mal gucken Vielleicht kriegen wir ja Den nächsten Mal Ein paar Leute noch dazu Vielleicht noch so die ein oder andere Idee Na bestimmt Das ist natürlich noch ein bisschen lustiger Also muss man aufpassen Wenn es zu viel durcheinander Ist dann auch immer da Parat ne War Aber ich denke mal so Achso Wenn du zu viert hier rumtourenst Ist es doch schon Da auch ein bisschen angelegen Ja klar doch zu viert Vielleicht ja noch Aber dann Wieso 5, 6 Da wird schon Ja da sollte man vielleicht nicht so Ganz viele sein Das wird es dann endlich Mag ich noch setzen Ja oder nicht Meinst du Keine Ahnung Ich weiß es nicht Kuhle 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 Na jetzt mein Spielzeug kaputt Ist nicht Brake 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 Nein Ich beruhige mich Das ist noch ein Fall Irgendwann Jetzt gehen sie mir um den Sack Ich komme gleich wieder Nein Jetzt ist er noch am Pieseln Muss ja nicht sein Weißt du das 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 ist noch ein Kings Wir sind immer an Her Carne Das ist noch ein ich hatte sie auch noch ein das finde ich nicht schön ja Vielen Dank.